Immerhin du gehen musst, spielen sie dieses Lied. Da stimmt was nicht. Könnten Sie sich mit den Gedanken befreunden, meine Frau zu werden? Mit Turma nicht. So will es sicher glücklich werden, mit Turma. Aber Hans, das ist doch jetzt alles ganz anders. Jetzt, wo du da bist. Glaubst du nicht an mich? Doch, ich glaube an mich. Was auch kommen wird, ich bin da und werde auf dich warten. Du, weißt du wer drin ist? Nora. Spar! Die Menschen im Dorf sind wie verrückt, sie tanzen und singen. Ist das wahr? Ja! Na endlich! Man genießt das Leben hier viel sorgloser. Schön, wenn man das kann. Man kann geschehen, ist nicht ungeschehen. Sie kennen meine Empfindung. Was soll ich da große Worten machen? Ich kann mir keine bessere Frau vorstellen als... Nora ist verlobt. Also doch. Ich glaube sicher, wenn sie wüsste, dass du lebst, würde alles anders werden. Ich glaube nicht, dass das im Sinne von Fräulein Krüge wäre. Und mir wäre es persönlich auch lieber, wir machen das in alle Stille in der kleinen Kapelle. Noch eine Stunde. Eigentlich eine Unmenge Zeit, wenn man sie richtig ausnützt. Damals hatten wir auch nur eine Stunde. Ja, aber damals warst du tapfer. Hilf ihm, wenn du kannst. Ich bitte dich. Wenn ich wüsste, dass dieser Mann endgültig verschwindet. Ich habe das feste Gefühl, dass er wiederkommt. Es wirken mit Gardi Granas, John van Drehlen, Rolf von Naukhoff, Jeannette Schulze, Hans Richter, Margarete Hagen, Liel Dagober, Siegfried Breuer, Peter Moosbacher und andere. Die Regie führte Paul Martin. Der große Erfolgsschlager, rote Rosen, rote Lippen, roter Wein. Das bekannte Liebeslied wird hier zur Schicksalsmelodie zweier Menschen. Das bekannte Liebeslied von Naukhoff. Das bekannte Liebeslied von Naukhoff. Das bekannte Liebeslied von Naukhoff. Das bekannte Liebeslied von Naukhoff.